Du hörst tägliche Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist, durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Wähle auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. So sollte, wie die Sünde durch den Tod herrschte, die Gnade durch die Gerechtigkeit herrschen, die ins ewige Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 5, Vers 21 Was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, ist ein Befreiungsakt, den es sonst nicht gegeben hätte für uns. Gott, Vater, hat beschlossen, uns aufzunehmen in sein Haus. Er hat beschlossen, seine Hand über uns zu halten. Er hat beschlossen, uns zu retten. Für die Ewigkeit. Nicht für ein Leben. Nicht um dieses eine Leben für uns in die Herrlichkeit zu führen. Nein, noch viel mehr. Er will dir Gnade im Überfluss geben. So viel, dass du anderen geben kannst. Aber was er noch will, ist, dass du verstehst, dass es hier um die Ewigkeit geht. Wenn du das vollbrachte Werk am Kreuz in deinem Leben annimmst, wenn du annimmst, was Jesus für dich getan hat, wenn du den Heiligen Geist empfängst, wenn du verstehst, wenn du wirklich im Herzen verstehst, dann führt dich das ganz automatisch zur Buße. Dann können wir nicht einfach weitermachen, weil wir ein Übergabegebet gesprochen haben. Wir können nicht einfach weitermachen wie zuvor. Nein, der Heilige Geist bringt uns zur Buße. Er bringt uns zur Umkehr. Das ist, was Buße bedeutet. Umkehren. Ja, auch unsere Sünden zu bekennen. Zu sagen, dass es uns leid tut. Zu beschließen, diese Dinge nicht mehr zu tun. Wir waren vorher Kinder des Zorns. Wir waren vorher in diese Sünde geboren. Und wir dachten, dass das Leben eben so ist. Doch weißt du, Jesus hat uns etwas anderes offenbart. Und zum Glauben gehört, Jesus Christus und seinem Wort zu gehorchen. Derartiger Gehorsam, Gefolgschaft muss zu unserer Lebensweise werden. Es ist ein Lebenswandel. Es ist eine Art und Weise zu leben. Ja, und dies wird angespannt durch unser Vertrauen zu Christus und unserem Vater im Himmel. Unsere Dankbarkeit gegenüber Abba, Vater. Unsere Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus. Ja, und unser Vertrauen der Führung im Heiligen Geist zu gehorchen. Es ist ein Glaubensgehorsam an das lebensveränderte Werk des Heiligen Geistes in uns. Nun, Gehorsam, der aus Glauben kommt, das ist, was wir brauchen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Sie können gar nicht getrennt werden, wenn es darum geht, Gott wirklich zu dienen und Jesus Christus nachzufolgen. wahrer, rettender Glaube ist etwas, was uns der Heiligung übergibt. Etwas, was uns in einen andauernden Prozess der geistlichen Reinigung, Trennung von Weltlichen, dem Wachstum und der Vorbereitung für Gottes Ziele führt. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass zum Glauben auch eine leidenschaftliche Hingabe an Jesus Christus gehört, die durch eben dieses vollständige Vertrauen auswirkt. Wir ergreifen es geistig. Und wenn sich im geistigen Raum diese Dinge verändern, so kann sich unser Leben verändern, so wird sich unser Leben verändern. Doch daran müssen wir glauben. Denn es gibt eine Zeitspanne zwischen sichtbarer Veränderung und Gebet. Es gibt eine Zeitspanne zwischen Bitten und Flehen in Dankbarkeit und materieller Veränderung. Wie groß diese Zeitspanne ist, nun das liegt in Gottes Hand. Doch wir glauben an das, was noch nicht ist, weil wir unseren Vater kennen. Weil wir das Wort Gottes kennen. Lass dich von dieser Welt nicht wieder verlocken. Lass dir vom Feind nicht länger erzählen, dass Jesus dich nicht hört. Dass deine Errettung weniger wert ist, als die Errettung anderer Menschen, die Wunder oder über Wunder erleben. Du sollst deine persönliche Beziehung zum Vater haben, eben durch Jesus, der dir einen direkten Zugang zum Vater erschaffen hat. Diese Beziehung wird wahren Glauben in dir größer und größer werden lassen. Glaube und Liebe wachsen in dir, Ruhe und Frieden hättet ihr mehr und mehr zuteil. Lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus danke ich dir von Herzen, dass du mich durch deinen Sohn aufgenommen hast und dass ich durch deinen Sohn Jesus Christus Errettung erfahren habe. Nun will ich den Heiligen Geist lebensverändernde Erneuerung meines Körpers, meines Geistes, meiner Seele tun lassen. Ich will gewähren, was du für mich angedacht hast. Ich will es zulassen, mich hingeben. Von ganzem Herzen bitte ich dich, verändere mich nach deinem Bild, nach deinem Willen. Im Namen Jesus Christus Amen.